Starten wir in 3, 2, 1, Los geht's! Ruhig an, feuer die Jungs, das ist jetzt das härteste Mindfest-Training für das Aufbauen. Und falls ihr beim nächsten Mindfest noch Jungs braucht, die Jungs, bauen das jetzt in einer halben Nacht auf. Das schaut sehr gut aus, die Taktik, die Kante vorne steht, Christoph kontrolliert, dass der Erste schon mal richtig steht. Zieht ihn ruhig zu rechts, das passt nochmal. Denkt von, dass das Ganze nach hinten, wer gerade so an ist, also fliegt ein Haus mit vorbeigemann, dass wir eine gerade Tafel drücken. Ruhig schauen, dass das an wird, sonst kommt er nicht um die Türke. Genau, die Tische dürfen sich auch nicht überladen, auch die Bänke dürfen sich nicht überladen. Eine Tafel, eine lange Tafel, weiter in Applaus, alles gegen Wettbewerb, auf geht's! Hier sind noch zwei Roller-Lappungen, die schiebt sich ja borgens an, hier sind noch zwei Roller-Lappungen. Der Kisch überwappt noch. Ja, da geht's, die leichte Kurve lassen wir das betrachten, das ist alles noch im Soll. Plus, die Roller-Lappungen definiert auch den Kisch. Ein Wolfgang mit Spinner! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR